So, Leute, ich zeige euch heute wie man ein Beat macht, ganz einfach und nimm dazu vier Spuren auf. Das heißt, einmal ein Klavier im Hintergrund, dann einmal ein Klavier für die Melodie, einmal Streicher und einmal ein Schlagzeug. Und jetzt schauen wir mal an, um die ganze Kacke hier weg. Okay. So, da hätten wir das erste Klavier. Dann würden wir das zweite nehmen für die Melodie, egal was, spielen wir irgendwas. Und jetzt schauen wir mal an, um die ganze Kacke hier weg. So, da hätten wir jetzt das zweite Klavier. Ja, dann könnte man zum Beispiel Streiche einspielen. Das machen wir jetzt. Ja, dann könnte man zum Beispiel Streiche einspielen. So, da hätten wir jetzt die Streiche. Das heißt, das ist so. Und jetzt nehmen wir mal noch ein Schlagzeug dazu. So, da haben wir mal ein Moment. Okay. Ja. So, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. So, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. Ja, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. Da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. Das ist so. So, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. So, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. Da kann da oben was nehmen. Keine Ahnung. Ja. So, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. So, da haben wir jetzt mal ein Schlagzeug. Und danke fürs Zuschauen. Fertig.